Sind Sie bereit für den Handel mit binären Optionen der einfachsten, spannendsten und lukrativsten Art online zu handeln? Bei uns sind Sie richtig. Unsere Plattform bietet Ihnen die bestmögliche Handelserfahrung. Sie ist benutzerfreundlich, selbsterklärend und Sie erhalten alles, was man als Profi für den Handel benötigt. Wir bieten die größte Auswahl an Basiswerten, mit denen Sie handeln können. Hierzu gehören Währungen, Aktien, Indizes und Rohstoffe. Die Laufzeiten reichen von 30 Sekunden über Handelstagende bis hin zu einer Woche oder sogar einem Jahr. Sie müssen nur den Basiswert für Ihren Handel auswählen, den Anlagebetrag festlegen und dann auf Call klicken, falls Sie der Ansicht sind, dass der Kurs des Basiswerts den aktuellen Kurs bis zum Verfallszeitpunkt versteigen wird. Wenn Sie hingegen der Ansicht sind, dass der Kurs bis zum Verfallszeitpunkt unterhalb des aktuellen Kurses sinken wird, klicken Sie auf Put. Hier können Sie Ihre Auszahlung, potenzielle Auszahlung und den gesicherten Betrag sehen. Bei Ihren offenen Positionen haben Sie die Möglichkeit, Ihre Erfolgswahrscheinlichkeit zu steigern. Wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihr Trade länger laufen sollte, um in Geld zu enden, klicken Sie auf Rollover. Sie können dann den Verfall bis zur nächsten Verfallsfrist aufschieben. Wenn Sie glauben, sich in einem Trend zu befinden, klicken Sie einfach auf Verdoppeln, um Ihre Position bei dem neuen Marktbedingungen zu duplizieren und somit Ihren Gewinn zu steigern. Sie möchten aus dem Geschäft aussteigen? Klicken Sie einfach auf Verkaufen und rufen Sie den Kurs, damit Sie Ihre Verluste begrenzen oder Ihre Gewinne sichern können. Wir möchten, dass Sie Erfolg haben. Damit Sie die besten Prognosen erstellen können, zeigen wir Ihnen statistische Werte für Ihre Handelsoptionen in dieser Leiste an. Sie erhalten Grafiken, mit denen Sie den Verlauf des jeweiligen Basiswerts im Minutentakt analysieren können. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, den Zeitrahmen Ihrer Analyse von 12 Stunden bis hin zu den letzten 30 Minuten einzugrenzen. Sind Sie bereit für weitere einzigartige Funktionen? Sie können auch wahre Handlungen, wenn Sie mit einem Basiswert einen anderen übertreffen möchten. Wählen Sie einfach einen Basiswert haben. Wenn Sie der Ansicht sind, dass der erste Basiswert den zweiten Basiswert hinsichtlich des Profits übertreffen wird, klicken Sie Call. Wenn Sie jedoch glauben, dass der zweite Basiswert den ersten Basiswert beim Verfallszeitpunkt übertreffen wird, klicken Sie auf Put. Testen Sie unsere dynamischen One-Touch-Optionen. Hierbei müssen Sie aus den Möglichkeiten Touch oder No-Touch auswählen. Wenn Sie Touch ausgewählt haben, dann muss der Kurs des Basiswerts die obere Marke oder die untere Marke bis zum Verfallszeitpunkt berührt haben. No-Touch hingegen bedeutet, dass keine dieser Marken berührt wird. Wenn Ihre Prognose zutrifft, erhalten Sie eine attraktive Rendite auf Ihre Investition. Möchten Sie nach Ihren eigenen Regeln handeln? Dann testen Sie Optionsbilder. Sie legen Ihr eigenes Gewinnrisikoverhältnis fest. Sind Sie auf der Suche nach schnellen Profiten mit super schnellen Verfallstermin? Wir haben die kürzesten Verfallszeiten der gesamten Branche. Klicken Sie auf 60 Sekunden, damit Sie schon nach 30, 60 oder 120 Sekunden Gewinne erzielen können. Also, zögern Sie nicht und beginnen Sie mit dem Handeln. Sie erhalten die beste Handelserfahrung aller Zeiten.